I try mal was. Vielleicht war das von vornherein der Plan. Man weiß es nicht. Komm ich da lang? Oh Gott! Scheiße! Ich hätte über den Nichtette rausgemusst und über den Baumstamm wetten. Ach, jetzt wieder von vorne. Dann auf ein neues. Diesmal ohne groß Muni-Verschwendung. Da bin ich. Schaff ich nicht! Ach, kacken Pupa, ey. Warte mal, warte mal kurz. Warte mal. Ey, was war das? Dein Ernst? Ich muss da hin, glaube ich, ne? Wo ist denn da ein Heli? Ach, den sieht man noch nicht. Der wird zwar getroffen, aber man sieht ihn nicht. Okay. Warte mal, ich könnte ja mal so machen. Ne? Wo denn? Ja, ein bisschen was markiert habe ich ja jetzt schon. Okay, dann vielleicht doch nicht so zügig durchrasen, sondern hier mal runter und dann Badabing. Mit 500 Schuss. Nicht rückwärts rollen. Störb mal. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Na komm. Bring's hinter dich. Okay, das ist Quatsch. Ich muss bei den Dicken durch. Würde ich jetzt sagen. Scheiß auf markieren. Gironimo! Kann ich dich überfahren? Äh! Äh! Ja, geht doch. Geh mal weg. Ich überfahre dich! Oh, ich steig schnell aus. Ich. Holy. Holy. Oh, fuck. Ach man, das kommt doch auch von allen Seiten. Also irgendwie war das Spiel bis jetzt noch beinahe gechillt, oder? Hör mir auf, ey. Okay, aber überfahren kann ich die Dicken. Äh! Das wird wieder nichts. Das wird wieder nichts. Okay. 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 Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Ich muss hier irgendwie rüber. Bitte nicht fallen. Bitte mal speichern vielleicht. Nein! Oh, Gott. Oh, Gott. Geh mehr. Oh, Gott. 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 Hilfe, 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 Hilfe. Wo ist das Ding? Wo? Da. Irgendwie. Nein. Wie komme ich? Oh, Gott. Nein. Nein. Oh, nein. Ach, warum kann er denn nicht zwischenspeichern? Alter, wie soll ich das denn machen? 500 Gegner. Himmel. Scheiße. Wieso kann ich denn nicht von der anderen Seite so sneaky gedünst? Und wieso fährt die Karre ständig von alleine? Und wieso und warum und weshalb? Ich kann echt nur hier lang, ne? Bam! Nein, nein. Oh, Gott. Irgendwie die Dicken ignorieren. Versuchen zu ignorieren, oder? Also, hoffentlich. Versuchen zu ignorieren. Oh, Gott. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Das ist Einbildung. Ich bin gar nicht da. Ich bin sowas von nicht da. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin das. Ja, ich bin das. Ja, schieß mal daneben, bitte. Spring. Oh, Gott. Spring. Er kann nicht springen ohne Dingens. Oh, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. Er speichert. Er speichert. Egal. 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 Er speichert. Oh. Das ist schön. Ich habe nur die Hälfte verstanden, aber ist mir egal. Hock dich mal hin. Alter. Oh. Von wo? Von da. Dein Scheißernst. Och, Mann. Wieso hat die denn so eine Durchschlagskraft? Oh. Alter, Finne. Okay, okay, okay. Ja, dann habe ich gespeichert. Bei einer Scheißstelle, by the way. Bei einer Megascheißstelle. Ja. Wie komme ich denn jetzt? Oh. Ja. Ja. Okay, wenn das die gleiche Moni ist, ne? Könnt ihr mal drauf gehen? Bitte. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Alter. Okay, ich habe keine Moni mehr. Äh. Nein. Jot. Ach fuck, Mann. Ich habe doch gerade Dingens eingesammelt. Leg dich hin. Leg dich hin. Bitte. Bitte hört auf herzuschießen. Bitte. Nein. Nein. Heilige Maria, Mutter Gottes. I'm scared. I'm scared. Genau zwischen die Augen, Dreckskerl. Ich werde nicht gesehen. Immerhin. Man kann sich die hier alle gar nicht vornehmen. Das wird gar nichts. Die Frage ist jetzt von oben oder von unten. Ich try mal von hier. Okay. Ich habe echt nicht viel Schuss. Ich muss den Bazooka-Typen irgendwie. Aber wo ist der? Hä? Da waren doch eben noch so viele. Are you serious? Ne. Wie komme ich denn da runter? Das ist immer eine ganz andere Frage. Eine ziemlich kluge, wenn du mich fragst. Don't move. Ach du, hässlich ja. Okay. No money left. Ja, und jetzt? Ich kann ja hier schlecht runter. Warum ist denn hier kein Gleiter? Wenn man ihn braucht. Der ist auch kaum selbstverliebt, der Typ, oder? Reiß mir die Hand, Genosse. Ach, so schön viel Amor, ey. Aber wie genau soll ich jetzt hier runterkommen? Ich muss doch nur einmal hochgucken und schon kassier ich ein Headdy. Wie soll ich da runter? Hat Doyle bestimmt gesagt. Ich habe es nicht gehört. Äh, hier sieht nicht so gut aus, ne? Oh, ich will da runter. Ding-Dong, ding-Dong, ding-Dong. Äh, ja. Bitte seht mich nicht, ich flehe euch an. Macht euer Ding. Ich bin nicht da. Bitte lass Heilung in dem Haus sein. Bitte. Oh Gott. Speichern wäre geil. Der ist tot, ne? Äh, der ist nicht tot. Oder? Jetzt ist er tot. Hm. Also die Truppe ist auf jeden Fall ein bisschen härter im Nehmen, glaube ich. Ich glaube, der zweite hier, der war nur schon angeschlagen. Jack, don't hurt yourself. Please. Please don't hurt yourself. Aufs Dach. Ohne Schmerzen. Oh nein. Ey, wehe. Oh Gott. Oh, Jesus Christ. Gib mir Zeug und und, und, und einen Speicherpunkt. Ich bin ganz baff, dass ich gerade nicht gesehen werde. Oh. Alter Spiel. Oh, du machst mich fertig. Habe ich Sniper money? Ja. Danke Gott. Du bist so gnädig. Ja, ja, ja. Okay, okay. Okay. What's up, motherfuckers? I'm back in the game. Okay. Hochzukriegers Anwesen. Macht ihr mal. Boah, die Mucke geht auf Dauer gar nicht auf den Sack. Ja, ich bin so ein Mistkerl. Ja. Okay. Okay. Ich glaube ja fast, wir kommen dem Ende näher. Schön, dass Dumpfbacke Well sich wieder hat mitnehmen lassen. Ey, ich wette, Krieger mutiert noch. Irgendwie sowas. Der, der wird OP. Der wird so richtig... Der wird der größte Scheiß im ganzen Spiel. Geht hier nicht auf? Oh. Oh. Okay. Okay. Uiuiui. Sieht geil aus. Also hier, das, äh, der Ladebild. Der Ladebild, ey. Der Ladebild sah geil aus. Boah, ihr seid so fucking gnädig. Warum denn so große Geschütze? Ich hab doch gar nichts, damit ich das nutzen kann. What the fuck? Was, äh... Ich würd die gern loswerden und dafür was Besseres haben. What is all this? Ich muss mir diesen Raum merken. Dringend. Warum gibt's denn davon keine Money mehr? Scheiße. Okay. Ich hoffe, ich kann hierhin zurück. Remember this room. Ich glaub, ich werd's brauchen. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Wahrscheinlich. Ich sag doch, ich werd's brauchen. Ja. Äh, 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 ich, äh, ich mach kurz Pause. Ich glaube wirklich, hier kommt jetzt gleich... Oh Gott. Ich will nicht. Nein, aber ich mach gleich weiter. Ich mach nur kurz Pipi. Und, äh, trinke ne Kanne Kaffee. Nee, ich glaub, ich sollte ein bisschen ruhiger sein. Ich darf nicht so hektisch werden. Was kommt da? Oh, wir werden's wohl gleich rausfinden, wa? Tadalala! Äh, bis gleich. Flumm. So, auf ein neues. Jetzt aber, ey, jetzt aber. Bläh, bläh. Sniper, grad sowas von unsinnig. Und lieber die hier, anstatt der anderen Doven. So, wir beginnen mit dieser. Where are you guys? Wieso denn? Oh, was? Will der mich verarschen? Auf so engem Raum. Ist der Kacke im Schädel oder was? Holy. Holy moly. Okay, pass auf, hässlich. Pass auf. Pass auf. 3, 2, Geronimo. Kommt her. Ich fick euch. Nicht. Okay, so wird das nix. Och, Mann. Warte mal. Ach, nee, da war keine Schrot drin, ne? Hier waren keine Waffen. Ach, Ficken. Und warum gibt's keine P90, Moni? Was soll der Scheiß? Ich muss irgendwie... Keine Scheiß Ahnung. Oder ich geh zurück. I don't know. Komm ich denn überhaupt zurück? Nein. Nein. Alter. Fuck. Fuck. Alter, was? Ja, nimm das. Wie soll ich das denn schaffen? Ohne Scheiß jetzt. Wie soll ich das denn schaffen? Wie stellt ihr euch das denn vor? Und ich kann nicht zurück. Ich kann mich nicht heilen und nix. Warum macht er das denn hier? Warum gibt er mir zweimal Heilung hier? Das macht überhaupt keinen Sinn. Och, fuck. Fuck, Alter. Fuck, fuck. Das bringt mir einen Scheiß.